Moin Leute von Passion Session. Ich freue mich, euch am 15.09. zu sehen. Born to be free ist das Thema. Und ich frage mich gerade, wo fühlst du dich eigentlich frei? An welchem Ort bist du frei? Zu Hause, wo du dir die Bettdecke über den Kopf ziehen kannst oder in deiner Kirche oder an einem ganz anderen Ort? Das würde mich sehr interessieren. Ich zeige dir heute meinen Freiheitsort. Hier an der Elbe kann ich mich frei fühlen. Hier kann ich joggen, hier kann ich rennen, hier kann ich mir den Kopf frei pusten lassen vom Wind und bin dann auch wieder frei für die Begegnung mit Gott. Hier kann ich beten, hier kann ich zur Ruhe kommen. All das ist dieser Ort für mich und mich würde interessieren, was ist dein Ort? Wir sehen uns am 15.09. in Pulsnitz zur Passion Session Born to be free. Ich habe voll Bock drauf und ich freue mich, dich dort zu sehen. Bis dann. Ciao.